Heute zeige ich dir, wie du in Logic ein perfektes Gain-Staging machen kannst. Und ich zeige dir am Schluss einen coolen Hack, mit dem du das Ganze in nur zwei Sekunden hinbekommst. Kein Witz, also bleib dran. Was ist Gain-Staging überhaupt? Beim Gain-Staging stellst du sicher, dass deine Projektspuren die richtigen Eingangspegel haben. Das heißt, dass sie nicht übersteuern, dass sie nicht verzerren, sondern dass sie mit dem optimalen Pegel in die Spur oder in bestimmte Plugins gespeist werden. Und wie das funktioniert, wie du das hinbekommst, zeige ich dir jetzt. Ganz kurzer Hinweis, bevor ich gleich anmache, stell vielleicht die Lautstärke bei deinen Kopfhörern oder bei deinen Monitorboxen runter, weil jetzt wird es gleich übersteuern. Ich schalte also jetzt mal dieses Projekt an. Und du siehst sehr schnell das Problem, das Projekt übersteuert. Du hörst, dass die Musik übersteuert. Und du siehst auch hier, dass wir hier viel zu laut sind. Das komplette Projekt ist viel zu laut. Die Einzelspuren sind viel zu laut vom Eingangspegel her. Und deswegen müssen wir hier dringend was tun, weil sonst verzerren wir einfach nur. In Logic ist es zunächst mal wichtig, dass du hier in das Pre-Fader-Metering gehst. Das machst du. Ich erkläre dir gleich, was es ist. Du gehst hier einfach auf Steuerungsleiste und Anzeige anpassen. Und dann suchst du hier Pre-Fader-Metering aus. Wenn du das jetzt hier oben über diesen Schalter aktivierst, dann siehst du die Eingangspegel. Also mit welchem Eingangspegel deine Spuren tatsächlich hier in die Kanalzüge reinkommen. Wenn du das ausschaltest, dann siehst du nur das absolute Volumen. Und das sagt dir nicht unbedingt was aus über den Eingangspegel, ob der jetzt zu laut ist oder ob er okay ist. Und deswegen also immer Pre-Fader-Metering, den Button aktivieren. Und jetzt sehen wir tatsächlich mit welcher Lautstärke hier die Spuren reinkommen. Ich will dir das jetzt nicht nochmal antun, als Projekt anmachen. Deswegen fangen wir an mit Möglichkeit Nummer 1, wie du einpegeln kannst. Und das ist hier über das Pegelsymbol. Und zwar hören wir uns mal die Kickdrum hier einzeln an. Und du siehst jetzt hier, das ist so ein bisschen laut. Die ist ein bisschen heiß aufgenommen worden und wenn wir jetzt Kompressoren einsetzen, wenn wir mit dem Equalizer bearbeiten oder vielleicht mit einem Transient Designer, dann ist die Möglichkeit groß, dass wir hier übersteuern. Und hier kannst du jetzt einfach auf den Reiterpegel gehen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel minus 8 dB machen. Und wenn du jetzt hier nochmal auf den Kanalzug schaust, dann siehst du, dass die Bassdrum hier vom Eingangspegel wesentlich leiser geworden ist. Sie ist nicht mehr so heiß hier drin. Und wir sind bei der Durchschnittslautstärke bei circa minus 18 dB. Und minus 18 dB ist recht gut, darauf hinzuzielen, so als Durchschnittseingangspegel. Denn bei minus 18 dB haben viele Plugins ihren Sweet Spot, insbesondere solche, die analoge Hardware emulieren, wie zum Beispiel Vintage-Kompressoren. Meistens klingen die am besten, wenn das Eingangssignal oder wenn sie mit minus 18 dB Eingangssignal gespeist werden. Da kannst du einfach in der Bedienungsanleitung nachlesen von solchen Plugins. Da steht das drin. Manchmal sind es auch minus 21 oder minus 24, aber sehr oft sind es diese minus 18 dB. Und deswegen ist es ganz gut, einfach da hinzuzielen als Eingangslautstärke. Das kannst du jetzt nicht nur für Einzelspuren machen, das kannst du natürlich auch für mehrere Spuren machen. Und dazu musst du die Spuren hier im Arrangement-Fenster hier markieren. Also wenn ich jetzt sage, alle Drum-Spuren sind zu laut, dann mache ich das einfach für mehrere. Ich gehe wieder hier auf Pegel. Gebe hier minus 8 ein einfach und jetzt habe ich alle Spuren, alle Drum-Spuren. Siehst du jetzt hier, ich kann es auch mal anmachen. Dass die hier leiser sind und dass die nicht so heiß gefahren werden wie am Anfang. Und somit kann ich sie dann besser bearbeiten. Die zweite Möglichkeit, den Eingangspegel zu steuern, ist bei Logic hier über den Gain-Regler selber. Den hast du hier in den Audio-Effekten drin und zwar bei Utility und hier siehst du schon Gain. Wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich auch den Gain dieser Bassdrum hier zum Beispiel wieder leiser machen. Dann bin ich auch wieder leiser und natürlich auch lauter. Es gibt hier auch Spuren, die einfach zu laut aufgenommen worden sind. Also das ist auch eine Möglichkeit, denn aus Gründen, die ich nicht kenne, funktioniert tatsächlich diese Pegelfunktion manchmal nicht. Ich weiß nicht warum, aber manchmal funktioniert es nicht. Noch ganz kurz, bevor wir zum Super-Hack kommen, hier ein Wort zu virtuellen Instrumenten. Bei denen ist es für das Gain-Staging immer am besten, wenn du das am Synthesizer oder am Instrument selber machst. Wenn ich jetzt hier also zum Beispiel mein Keyboard habe und der ist zu laut, dann drehst du am besten immer das Volume des entsprechenden Synthesizers runter und wir übersteuern ihn nicht mehr. Dasselbe gilt natürlich auch für Plug-Ins, die nicht selber zu Logic hören, hier wie zum Beispiel bei Addictive Drums. Ist auch zu laut jetzt. Ich gehe hier einfach auf den Master und ich übersteuere dann nicht mehr. Und da musst du bei jedem Plug-In von Drittanbietern oder eben auch bei Logic selber einfach den Volume oder Master Schieberegler suchen und kannst so dein Gain-Staging machen, dass das virtuelle Instrument nicht zu heiß reingefahren wird vom Eingangspiegel. Jetzt wäre es natürlich cool, man müsste nicht für jede einzelne Spur hier das Gain-Staging festlegen und wenn ich gesagt habe, okay, bei minus 18 dB, das ist so ein ganz guter Eingangspiegel von der Durchschnittslautstärke her für so eine Spur als Eingangspiegel, dann wäre es doch cool, wenn man das für alle Spuren gleichzeitig machen könnte und das geht in Logic tatsächlich. Ich lösche mal hier kurz diese beiden virtuellen Instrumentenspuren, weil die gehören gar nicht zum Projekt. Wir gehen wieder hier hinten an den letzten Refrain und jetzt machen wir das Gain-Staging für alle Spuren gleichzeitig und das dauert tatsächlich nur wenige Sekunden. Und zwar gehst du hier, du markierst zunächst mal alle Regionen, die du hier hast und dann gehst du hier oben auf Funktionen und jetzt siehst du bei Regionspegel normalisieren. Das siehst du nur, wenn du eine der neueren Versionen von Logic hast. Ich glaube ab 10.4.5 ist das dabei. Das ist eine neue Funktion und hier gehst du jetzt auf Regionspegel normalisieren unter Funktionen. Hier hast du verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ich habe da verschiedene rumprobiert. Du kannst kollektive Auswahl machen. Ich wähle dann einzelne Regionen. Dann kannst du hier auswählen Loudness oder eben Peak. Und ich wähle jetzt hier bei Peak diese Minus 18 dB, die ich einfach haben möchte. Gebe ich hier nochmal ein. Und die möchte ich jetzt anwenden für alle Spuren. Es wird jetzt also für alle Spuren das Ziellevel, die Zieldurchschnittslautsteige von 18 dB gewählt. Und jetzt pass auf, was passiert, wenn wir jetzt in den Mixer gehen und du siehst hier meinen Master Fader. In zwei Sekunden übersteuern wir nicht mehr. Du siehst alle Spuren pekeln jetzt bei oder tänzeln jetzt bei Minus 18 dB Durchschnittslautstärke. Und wir übersteuern nicht mehr im Mixbus und haben genügend Headroom. Und das ist doch eine richtig coole Funktion hier in Logic, die du selber unbedingt mal ausprobieren solltest. Übrigens, wenn du dich für Logic interessierst, dann schau dir doch einfach mal dieses Video hier an. Da gebe ich dir 10 Gründe, warum du dir überlegen solltest, dir Logic vielleicht als DAW zuzulegen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder im besten Fall über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!